Online ist das neue Online Letzte Woche war ein Freund von mir bei mir zu Besuch und sagte, was übrigens ganz viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis sagen oh man, ich sollte jetzt auch mal endlich anfangen mit Chat-GPT ich sollte jetzt auch echt mal irgendwie ein bisschen da reinkommen in diese KI-Welt, alle meine Freunde und Kollegen nutzen das schon schreiben ihre LinkedIn-Posts mit KI generieren Bilder lassen sich bei Kochrezepten helfen etc. Kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich ganz, ganz einfach und mit möglichst wenig Zeitaufwand und wenn es geht auch noch mit Spaß da einsteigen kann. Naja, habe ich gesagt, komm lass uns doch am besten gleich loslegen das ist nämlich die größte Hürde dieses Aristoteles hat mal gesagt der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen das stimmt wenn du mal überlegst, all die Dinge die du großen Projekte oder die großen Projekte im Leben, überhaupt jede Art von Arbeit, der Anfang einfach anzufangen ist oftmals schon der größte Schritt und ja, idealerweise die Hälfte vom Ganzen. In puncto KI-Fitness kann ich das definitiv bestätigen. Was wir dann gleich gemacht haben, war ich habe gesagt, okay fangen wir mal an, lad dir mal die offizielle Chat-GBT-Mobile-App von OpenAI wichtig, der Absender muss OpenAI.com sein, da gibt es inzwischen ganz viele Fake-Apps und viele, viele, viele Leute fallen auf diese Fake-Apps rein, also lad dir die offizielle Chat-GBT-Mobile-App aufs Handy, Absender muss sein, OpenAI und gleichzeitig leg dir doch dann auch den Account im Browser an, du brauchst nicht den bezahlten Account neben, einfach den gratis Account OpenAI.com melde dich bei Chat-GBT an. Das ist jetzt noch nicht der Tipp. Der nächste Tipp ist, also der kürzeste, der einfachste und in meinen Augen auch einer der effizientesten KI-Fitness-Tipps um zu starten und um auch relativ schnell ein Gefühl zu kriegen, wie kann mich denn dieser künstlich intelligente Chatbot natürlich intelligent unterstützen? Der kürzeste Tipp ist, frag fortan jede Frage, die du hast, die du dir stellst, die du Google stellen würdest oder gerade stellen willst, frag diese Fragen Chat-GBT. Du kannst natürlich auch, wenn du sagst, nee, ich möchte jetzt nicht Chat-GBT, mich da extra anmelden, ich bin Microsoft-Nutzer, kein Problem. Du kannst natürlich auch den Co-Pilot, den KI-Co-Pilot von Microsoft nutzen, den findest du unter Co-Pilot mit C logischerweise .microsoft.com Wichtig ist, dass du dir einfach mal angewöhnst, jede Frage, die du sonst Google stellen würdest, jede Frage, die du dir vielleicht gerade selbst irgendwie stellst, in Zukunft der KI zu stellen. Und der Microsoft Co-Pilot wird ja auch von Chat-GBT betrieben. Das heißt, du kommst direkt über Chat-GBT oder über den Co-Pilot von Microsoft zurzeit an den aktuell besten, potentesten, kreativsten und besttrainiertesten KI-Datenkörper der www.elt. Also der Welt, okay? Mein Tipp für dich ist heute, versuch einfach mal alle deine Fragen, die du so hast des Alltags, dir helfen zu lassen von Chat-GBT plus jede Aufgabe, die du hast beruflich und privat, frag doch einfach mal Chat-GBT, sag, Chat-GBT, ich habe jetzt die und die Aufgabe, wie kannst du mich unterstützen? Und dann kommt Chat-GBT oder der Microsoft Co-Pilot bereits mit Vorschlägen, wie er dich unterstützen könnte. Und ich finde, das ist der beste, menschlichste und auch explorativste Weg, um mal im eigenen Tempo, ohne Stress festzustellen, wie kann denn so ein KI-Chatbot mich unterstützen? Wie kann der zu meiner persönlichen Assistenz werden, beruflich und privat? Beruflich kann der dir bei allem helfen, beim E-Mail schreiben, beim Business-Plan erstellen, der kann dein Sparring-Partner sein, wenn du eine neue Podcast-Idee hast, zum Beispiel ich mit meiner neuen Podcast-Idee KI-Unzensiert, investigative Interviews mit KI, ja, die Idee habe ich gebrainstormt mit Chat-GBT. Oder du sagst, oh, was koche ich denn heute? Ich habe nur drei Zutaten, mache ein Foto von den Zutaten, lade sie bei Chat-GBT hoch und Chat-GBT wird dir Kochrezepte liefern. Die Hausaufgaben der Kinder, der Mathe-Tutor von Chat-GBT, die großen Fragen, die wir Erwachsene oftmals nicht mehr beantworten können, weil die Schulzeit schon so lange weg ist. Ja, all das dabei hilft Chat-GBT, das hast du sicher schon gehört, aber hast du es auch ausprobiert? Weißt du, zurzeit ist es doch echt so, alle Leute reden über KI, aber die wenigen nutzen KI mal länger als ein, zwei Anfragen und lassen sich dann zu schnell demotivieren und sagen, naja, die künstliche Intelligenz ist doch nicht so schlau, wie alle tun. Deswegen kürzester Fitness-Tipp der Welt, gewöhn es dir einfach an, für alle Aufgaben, für alle Fragen, die du hast, einfach mal eine Zeit lang, immer Chat-GBT oder den Microsoft-Co-Pilot zu fragen. Du wirst sehen, Chat-GBT stillt deine Neugier und beflügelt sie neu, weil die KI ist trainiert mit so viel Wissen, dass du sie alles fragen kannst. Du kannst spielerisch mit Chat-GBT lernen, Sprachen lernen, Spiele spielen, du kannst dir Fitness- und Gesundheitstipps geben lassen und wenn du zum Beispiel die letzte Folge gehört hast zum Thema, warum Digital Detox erfolgsentscheidend für die KI- Revolution ist, auch wenn das auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, natürlich kann dir Chat-GBT auch Digital Detox und Screen-Life-Balance-Tipps geben. Du kannst mit ihm über deine FOMO sprechen, du kannst dir eine Strategie geben lassen, mit weniger Aufwand bessere Postings machen zu lassen in Social Media. Du kannst mit ihm sprechen, wie mit einem Coach, wie mit deinem besten Freund, wie mit einem Psychologen oder einer Psychologin. Du darfst nur nie vergessen, dass die künstliche Intelligenz genau das ist, eine Maschine, die kein Bewusstsein hat und kein Herz. Ich sage das dazu, weil, und jetzt kommen wir zum Schluss zur Sendung, die gleichzeitig der Anfang für eine neue Sendung ist. Du darfst nie vergessen, dass KI kein Bewusstsein hat, auch wenn Chat-GBT und Co. inzwischen so persönlich und menschlich rüberkommen, dass man das so ein bisschen vergisst. Und genau deshalb habe ich heute einen neuen Podcast gelauncht, der heißt KI unzensiert, menschliche Fragen an künstliche Intelligenz und ist ein Interview-Podcast von mir mit Chat-GBT. Ich stelle Chat-GBT investigative Fragen, ich frage ihn Löcher in seinen gut trainierten Datenkörper und was soll ich dir sagen, Chat-GBT packt aus. Wir besprechen in diesen Interviews die großen Fragen der KI-Revolution. Wir sprechen kritisch über KI-Risiken. Ich hole die besten KI-Tipps aus Chat-GBT raus. Wir sprechen auch mal über Digital Detox. Wir sprechen mal über die großen Fragen der Menschheit, diskutieren die Fragen, die Politiker, Philosophen und Historiker nachts um den Schlaf bringen. Das ist mein neuer Podcast und wenn du möchtest, hör dir doch gleich mal den Trailer an. Die Folgen erscheinen unregelmäßig, deswegen lohnt es sich hier ganz besonders, den Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, sodass du immer automatisch Benachrichtigungen kriegst, wenn eine neue Folge erscheint. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich dieses neue Interview-Format erfinden werde, um einen zeitgemäßen Beitrag zur Digitalisierung, zur Humanisierung der Digitalisierung zu teilen, hätte ich wahrscheinlich sehr gelacht. Also, dass ich mal tatsächlich Interviews mit künstlicher Intelligenz, mit Chatbots, mit Chat-GBT führen würde, die übrigens völlig Kamera- und Mikrofonfrei produziert werden und trotzdem mithilfe meines Stimmklons so klingen wie ich. Und naja, dass Chat-GBT eine KI-Stimme hat, versteht sich ja von selbst. Also, ich hätte das nie gedacht. Das ist mein neuster Beitrag zur Digitalisierung und zur Humanisierung der Digitalisierung. Ich würde mich freuen, wenn du mal reinhörst. Und übrigens, diese Woche öffnet auch die Anmeldung für mein KI-Bootcamp 2024, dass die Teilnehmer von 26. April bis 8. November fit macht in sechs Live-Webinaren für die KI-Revolution. Zusätzlich gibt es auch noch eine Online-Welt mit Praxis-Guide, mit One-Pagern, mit Wissen auf einer Seite. Wenn dich das interessiert, schau doch mal rein an nitra-eggler.com slash KI-Bootcamp. Für die ersten 100 Teilnehmer, Teilnehmerinnen gibt es 200 Euro First-Mover-Bonus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal auf der anderen Seite des Bildschirms sehen. Denn das heute ist die vorletzte Folge von Online ist das neue Online in der ersten Staffel. Ich produziere jetzt am Wochenende noch Folge 85 dieses Pod- und Videocasts. Und dann geht dieser Pod- und Videocast mal in eine wohlverdiente Pause und kommt erst im Herbst 2024 wieder mit einer zweiten Staffel. Und die zweite Staffel wird Quick-Tipps zum Thema Screen-Life-Balance sein. Kurze, knackige Tipps in drei Minuten, maximal fünf Minuten mit kurzen Impulsen, die deine Screen-Life-Balance stärken. Aber dazu kommen wir dann, wenn das Jahr 2024 sich geneigt hat. Wer weiß, was das Leben noch für uns bereithält. In dieser Zeit geplant habe ich es, aber am Ende antwortet immer das Leben. Ich hoffe, ich konnte dich heute inspirieren. Einfach Chat-GPT oder den Co-Pilot von Microsoft häufiger für deinen Alltag zu nutzen, um dadurch auf einfachem und freudvollen Weg quasi en passant eine KI-Fitness zu bekommen, die dich weiterbringt und ein gutes Gefühl dafür gibt, wie dir künstliche Assistent als persönlicher, wie dir künstliche Intelligenz, siehst du, bei mir hat sich das schon so eingebürgert, als persönliche Assistenz in allen Lebens- und Arbeitslagen beistehen kann. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Wir hören uns zur letzten Ausgabe dieser ersten Staffel von Online ist das neue Online nächsten Mittwoch. Und in dieser Folge werde ich mit dir teilen, was ich gerne früher im Leben gewusst hätte. Also bis nächsten Mittwoch, habt eine fabelhafte Zeit und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.